Hier sind leider nur Frauen. Aber in einer anderen Kirche, in Seahaven, da war ein älterer Herr. Sie sagt uns nicht, wo der Meister ist. Schade. Aber wir werden ja bald Lichtmeister mit Gerogon. Da wäre schon praktisch zu wissen, wo der Lehrer ist. Erraskirche? Oh, stopp, 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 stopp. Vielleicht hat die alte Quest-NPC-Dame noch was zu sagen. Du. Also der neue Stadthalter ist der Gigolo. Hm. Nö. Okay. Wollen wir mit Kengi mal wieder in die Taverne gehen? Warst du schon lange nicht mehr hier? Kannst deinem alten Chef mal Hallo sagen? Hallo? Okay, das war's. Experte mit Dolchen? Nein. Du. Auftrag. Wunderbar. Obwohl es, um ehrlich zu sein, traurig ist, dass ihr alle, all diese wunderbaren Kreaturen tatsächlich tötet. Ja, das ist echt wunderbar, wenn die mit Zweihandschwertern auf uns zustürmen und uns voll sabbern. Ähm. Aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. Ganz besonders nicht auf einer Welt mit eurer Stufe der sozialen Entwickler bricht plötzlich ab. Bitte vergebt mir, ich klappere vor mich hin. Und was ich sage, muss euch unverständlich scheinen. Ah, sehr schön. Das ist wieder eine Anspielung aus dem, naja, richtigen Multi-Magic-Universum und nicht dieser Neuauflage. Früher war es halt so, dass es wirklich sehr viele miteinander verwobene Planeten waren, wo denn Raumschiffe zwischenher geflogen sind und mit Lasern geschossen wurden und so weiter. Davon sahen bisher hier ja noch gar nichts. Aber ja, das war definitiv eine Anspielung darauf. Also er ist einer der reisenden, planetenreisenden Aliens mit Laserblastern und Piu Piu. Hier war die Kaserne, da wird nichts sein. Oh, wir können mit dem Boot fahren. Das sind wir, glaube ich, noch nie. Hallo. Wir würden gerne nach Kassel. Nein. Geh wir Klippe. Haha, der war nicht schlecht. Okay, zur Klippe können wir auch nicht. Können wir bitte nach Sea Haven? Nö. Gut, also es fährt wohl kein Boot nach Sea Haven. Dann halt der alte Kaul. Stopp. Wollten wir hier sonst noch irgendwas? Da wäre noch ein Schwert. Stimmt, wir wollten noch Tränke kaufen. Zum, 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 zum. Eileens Haus. Gab es da einen Auftrag? Können wir auch noch mal kurz reingucken. Wie man Paddeln wird. Ja. Klopf, klopf. Guten Tag. Und sie kommt in voller, auffälliger Brüstung mit Helm, macht die Tür auf, stellt sich in ihr Wohnzimmer. Sehr stylisch. Aber gut. Der Tränke. Oh, der Witze erzählt, ist wieder da. Mein Bruder ist Imker. Eines Tages zeigte er meine Biene und sagte, das ist die unbeholfenste Biene aller Zeiten. Kein Wunder, sagte ich. Ist ja auch eine Hummel. Naja. Tränke kaufen. Klick. Wir handeln. Händigen zehn davon. So. Sonst hier gar nichts. Klatsch über Hausmateria brauchen wir nicht. So. Orlenes Haus. Orlene war das mit den Banditen. Verschollene Lämmer. Findet Ripley in Karsa. Findet Kirk in der Klippe. Nö. Können wir noch gar nicht erfüllen. Also müssen wir da hinten auch nicht hin. Da war das Spinnennest. Ne. Okay. Also wir können jetzt zurück zum Pferd. Und mit dem Pferd dann nach Seahaven reisen. Und in Seahaven müssen wir gucken, wie wir weiter voranschreiten wollen. Also ich denke immer, wir gehen einfach aus der... Ah, wir gehen erstmal einkaufen. Und dann gehen wir aus der Stadt raus. Und gucken uns nach dem Nager und der Schlupf um. Weil ich hätte doch schon ganz gern die Beförderung für Chirogon. Gibt es noch Informationen hier? Klatsch über Ponys. Ich verstehe das nicht. Warum sind wir heutzutage alle so besessen von Ponys und Einhörnern? Oh, das könnte eine Brony-Anspielung sein. Wir würden aber trotzdem ganz gerne Kutsche nach Karsa nehmen. Nein. Okay, Seahaven. Also wir dürfen erst die schnellen Reisesysteme nach Karsa nehmen, wenn wir durch die Kanalisation nach Karsa reingekrochen sind. Ich will nicht wieder zur Kanalisation. Das hat uns gerade erst freigekämpft. Aber, naja. Aber das wäre wirklich wohl das Sinnvollste. Nicht jetzt unbedingt die Steinscherbe jagen und die Beförderungs-Queste auf Krampf versuchen irgendwie abzuschließen. Sondern die Quests weitermachen, dass wir nach Karsa können und in Karsa dann richtig einkaufen und all unser Geld ausgeben für richtig tolle Ausrüstungen, um dann leichter durch die ganzen Dungeons durchzukommen. Aber gucken wir mal. Wir haben Expertenlehrer. Wir haben hier noch eine Kirche. Genau, Kirche Elras. Da sollten wir auf jeden Fall hin, um zu gucken, ob der was von dem Fragment weiß, wo wir schon mal hier sind. Nagerbank. Alchemist sollten wir auch auf jeden Fall hin. Also. Dallana will schlafen. Das können wir auch gleich. Ressourcen, also Essen kaufen. Bei dir haben wir noch nichts Neues, ne? Hart hat seine Gründe. Nö. So, Kirche. Du. Von dir wäre ich irgendwie ausgegangen, dass du vielleicht das Richtige machst. Und hier gibt es Meister für Lichtmagie. Sehr gut. Und du wärst eine Heilerin. Wollen wir aber nicht. Wir haben lieber unser Packpferd. Uriels Täuschung. Vor zehn Jahren im Krieg der zweiten Blutmondfinsternis ist es Herzog Anton Greif und seinen Schwestern gelungen, das ganze schreckliche Ausmals von Uriels Machenschaften aufzudecken. Hilft mir jetzt auch nicht, eine Steinscherbe zu finden. Und da. Tränke, 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 tränke. Klick. Meister mit der Armbrust. Ne, das wollten wir vor ein paar Folgen mal werden. Aber es hat sich inzwischen geklärt, weil er schießt eigentlich fast nicht mit der Armbrust. So, wir hätten gerne mittlere Mana-Tränke. Zehn Stück. Wir hätten gerne große Mana-Tränke. Zehn Stück. Wir hätten gerne noch größere Mana-Tränke und noch viel mehr von den mittleren. Aber, ja, okay. Widerstand gegen Feuermagie. Widerstand gegen Luftmagie. Wow. 38 Lebenskraft-Maximum. Zehntausend Gold. Aber das ist schon schick. Hast du so? Achso, du hast die Luftmagie-Sachen, die will ich nicht weggeben. 7 Widerstand gegen alle Magie-Schulen. Na gut, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Raus. Klatsch über Sudgert. Sudgert müssen wir auch noch hin. Für die Aufstiegsqueste für Tirik. Ihr seid noch recht jung, Tirik. Es überrascht mich nicht, dass ihr euch nicht mehr an Sudgert erinnert. Damals, in der Zeit des großen Shantiria. Gleiches, war es unsere südlichste Siedlung und eine gewaltige Festung. Einige kehrten Grinnenheim im Norden zurück. Andere zogen es vor, auf der Halbinsel zu bleiben. Bis Sudgert wieder in Besitz genommen werden könnte. Wenn ihr mehr über Sudgert erfahren wollt, versucht es mit meinem Vetter Etrik drüben zu reden. Er ist tatsächlich schon so alt, dass er sich noch an das Leben in der Stadt erinnern kann. Aber schön, dass Tirik direkt angesprochen wurde. Das ist ein sehr schöner, sehr schönes Detail. Stenner? Wer ist Stenner? Du bist Stenner. Oh, könnte dies eine zwergische Flöte sein? Ei! Als ich noch klein war, hatte mein Onkel genau so eine Flöte. Hat sie aber... Hat sie selbst aus irgendeinem Tierknochen geschnitzt. Kann ich sie mir kurz ausleihen? Er hat immer eine ganz bestimmte Mnodil draufgespielt. Die, 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 die... Okay. Und schön, dass es wirklich einen Soundfighter gibt. Ich gebe ihm die Flöte. Nach ein paar Misstönen gelingt es ihm, eine kurze Melodie zu spielen. Oh, das weckt Erinnerungen. Was? Was? Ähm... Könnte dies eine zwergische Flöte sein? Oh, vorher muss ich mir jetzt die Tonlage aufschreiben. Ähm... Schmierzettel. Das wird nichts mit dem Schmierzettel. Der verschwindet wieder. Ähm... Das wäre jetzt krass und... Sehr cool. Nochmal. Eins, zwei... Drei, vier, fünf, sechs. Sechs Noten. Und wenn ich es mir oft genug anhöre und mich einigermaßen konzentriere, könnte ich sie auseinanderhalten. Ähm... Also wenn wir irgendwo ein sechsstelliges Rätsel finden, oder eine Melodie angeben müssen, dann könnten wir das Rätsel knacken. Sehr schön. Danke, Stella. Jetzt wissen wir auch, warum die Flöte hier in der Hunde auftaucht. Wir sollten echt mehr mit NPCs reden. Aber du hattest wirklich nichts, oder? Nee, die Reform und Naga hatten wir schon. Äh... Hier soll Sana sein. Äh... Du bist eine Lampe. Ich heiße Sana. Vielen Dank, dass ihr mich aus dieser schrecklichen alten Lampe befreit habt. Ähm... Ähm... Sanas Beschwörung? Ein Erzmagier hat mich einst beschworen, damit ich ihm bei seinen Studien helfe. Ich habe ihm einen Handel angeboten. Ich würde ihm ein Jahr, einen Monat und einen Tag lang zur Seite stehen. Dann würde ich ihn verlassen, um die Welt zu erkunden. Als der Tag dann kam, hat er sein Wort natürlich nicht gehalten. Nicht, dass es ihm etwas genützt hätte. Ein paar Tage später ist seine Altersschwäche gestorben. Sehr nett. Und wir können dich jetzt anheuern? Nach der langen Zeit, die ich in dieser Lampe eingesperrt war, würde es mir wirklich Spaß machen, ein wenig herumzureisen. Könnte ich mich schon anschließen. Ich könnte euch mit meiner Magie bei euren Abenteuern helfen. Ich verlange ledig 300 Gold an 2%. Was kann ein Jinshu mit Gold anfangen, fragt ihr? Ein paar Geheimnisse würde ich lieber für mich behalten. Äh... Ich weiß ja nicht, wozu sie gut ist. Warum solltest du sie dann anheuern? Pferd. Wie viel Platz hast du? Also wir werden nicht in den Dungeon reinlaufen können ohne Pferd. Pferd ist wichtig. Wir haben viel zu viel Zeug, um ohne Pferd klar zu kommen. Und Kengi ist sehr, sehr praktisch. Weil mal eben 10% auf alle Sachen zu bekommen, das... Nö. Tut mir leid. Du bleibst in deiner Flasche. Wir gehen jetzt schlafen. Oh, warte mal. Dich noch kurz anquatschen. Zwergernseehafen reformen. Kennen wir schon. Okay. Also schlafen.